und damit morgens in diesem absoluten special video hier auf dem kanal wie ihr unschwer erkennen könnt es gibt eine exklusiv folge vom pod kann statt ein podcast spezial von mein vfb da war ich mit zu gast alle hintergründe warum ich da jetzt aber zu gast war kriegt ihr alles in der folge mit hier zu sagen dass sie hier gerne mal ab in die video beschreibung gehen dürft da sind alle links da zum app download dass ihr euch damals schön die app durch durchscrollen die ganzen artikel mal reinzieht weil das hier wäre auch ein exklusiv content ihr kennt ja den podcast der jeden donnerstag kommt jetzt von spotify und co aber das hier wäre eben exklusiv für die app und für die app nutzer es gibt dann vier wochen gratis zeitraum in der app ab danach kostet die app 1 90 monat deswegen gerne auch da mal alles durchgucken vielleicht hat der ein oder andere der bock dort mal sein ab zu schließen und damit ab dafür pod kann statt spezial nummer 15 und ich verspreche euch da draußen es wird viel zu diskutieren geben vielleicht klappt sogar ein kleiner generation konflikt hervor wir müssen das noch beobachten fest steht aber philipp meisel ich grüße dich servus christian wir haben fragen und diese fragen stellen wir an felix felix hai felix du könntest jemand ein bisschen vorstellen für uns vielleicht teile unserer hörer aber ich sag mal so viel vorweg du bist kein unbekannter in der vfb internet szene so ein bisschen hochgegriffen aber nehme ich gern also vielleicht kennt man mich von dem youtube-kanal afm vfb so heißt er mittlerweile wo ich eben auch so ein bisschen aus fansicht alles macht was irgendwie das vfb herz begehrt vorberichte auf spiele reagieren wenn man nicht im stadion ist nachberichte die ganzen geschichten und das ist die erste frage die ich an dich ab felix kannst du dir erklären warum es menschen gibt die anderen menschen dabei zuschauen wie sie ein fußballspiel gucken ich also ich sage ganz ehrlich mir geht das nicht so in den kopf aber es ist ja ein trend das ist ja das geht ja voll ab wie wie nimmst du das war und wie bist du überhaupt auf die idee gekommen sowas zu machen also die idee hatte ich schon ein bisschen früher nachdem ich vom studium umgezogen bin dachte ich mir geht zu einem heimspielen kann ich heimpendeln die auswärts spielen nicht unbedingt habe wollte mich dann einfach die couch setzen und eben da die spiele gucken und wenn ich es alleine tue ist ein bisschen langweilig dann setze ich mich doch vor meinen vor meinen kanal quasi und so richtig ins rollen gekommen ist es tatsächlich durch corona selber nachdem dann wirklich keiner mehr ins stadion konnte hat es wohl die leute angeregt wenigstens spiel nicht ganz alleine zu gucken vielleicht irgendwie keine ahnung einzelne fans die es halt eben zu hause gucken der rest der family ist vielleicht nicht so interessiert daran hat man so jemanden mit dem man so halbwegs sich unterhalten kann wenn auch nur über chatform aber halt so ein bisschen unterhalten ist oder lässt es irgendwie neben dem spiel selber laufen habe ich auch schon tatsächlich gelesen krasserweise dass man gerade den kommentator selber vom spiel nicht hören wollte hat man über mich laufen lassen ist irgendwie getimt dass das klappt also die faszination kam dass ich vermehrt durch corona auch das generelle thema live stream und wie ist das feedback was du da so bekommst also da laufen ja auch live kommentare rein wenn ich richtig bin so während des kicks ist das dann etwas wo du auch für dich so ein bisschen so so eine so eine möglichkeit gefunden hast dass ich mit zu verarbeiten auch die ganzen emotionen rund um vfb spiel das kennen wir alle das kennen nun mal philipp und ich auch dass wir sehr emotional sind und wir müssen uns zum beispiel auch manchmal auch auf der medientribüne zusammenreißen damit es da nicht irgendwie eskaliert aber ist das so eine möglichkeit auch für dich gewesen zu sagen hey guck mal ich konnte da nicht immer ins stadion aber ich habe irgendwie eine möglichkeit ein ventil meine emotionen auch auszulassen und zu teilen mit anderen menschen ja auf jeden fall und das ja auch nichts offizielles ist so ist ja quasi meine private private geschichte die ich da mache kann man dem dem freien lauf lassen die meisten also man hat natürlich so ein paar eingefleischte quasi die immer dabei sind aber auch wenn neu dazukommen bleiben ist es umso schöner und generell sieht man das ja gerade im fußball wenn da jemand sitzt und 90 minuten lang nichts sagt quasi oder halt sehr ruhig da hockt und selbst beim 0 zu 4 nichts mehr passiert bei einem sich nichts mehr regt dann schuldet sich ja auch kein mensch an also ich bin da schon recht frei würde ich mal sagen das letzte mal was jemand während dem fußballspiel was zu mir gesagt hat war dass ich irgendeinem sitzplatz bereich war bin aufgestanden zum torjubel hin halt maul auf den neuen sitzplatz zahlt ja aber gut jetzt bist du bei uns felix jetzt bist du im du team von mhs digital beziehungsweise bei uns in der in der redaktion für stuttgarter zeit und stuttgarter nachrichten und mein vfb wie gefällt es dir bisher sehr gut ja ich wollte schon gerade sagen sag jetzt nichts falsches da brauche ich auch gar nichts vorzug auf genau ich finde es wirklich sehr sehr cool man gerade jetzt auch mit glück war jetzt nur zwei tage im pressehaus aber auch das gibt einem was irgendwie finde es irgendwie hat was besonderes ins pressehaus zu laufen oder auch sonst im home office klappt das auch alles problemlos viele themen klar der vfb mit dem fokus ist das perfekte also besser geht es fast nicht aber natürlich auch generell größere breite an themen die ich schreiben durfte und das bisher macht wirklich spaß wir sind auch froh dass wir dich haben weil dann haben wir nämlich endlich mal ein neben lukas unserem fleißigen werki at lukas 99 official wenn ihr ihm auf twitter folgen wollt der die sprache dieser jungen leute versteht ja wir sind ja eigentlich zu alt für den quatsch aber wir bemühen uns und sind aber trotzdem froh wenn solche leute wie du immer wieder reinkommen weil also aus einem ganz simplen grund weil einfach eine völlig andere perspektive meistens auf dinge da ist die wir gar nicht haben ja oder wo wir halt zumindest nicht als erstes dran denken und das ist immer gut weil das auch uns befruchtet ist ein komisches wort in dem kontext aber es ist einfach so dass es uns was bringt für unsere arbeit wenn wir eben jemanden dabei haben der einfach eine generation jünger ist und völlig anderen blickwinkel hat das hilft uns immer ungemein und die wir müssen aber felix und deswegen haben wir uns ja eigentlich hier versammelt wir müssen reden und wir müssen reden über fifa und das bedeutet in diesem zusammenhang nicht der fußball weltverband mit johnny infantino an der spitze das wäre das thema vielleicht für eine andere spezial folge hatten wir glaube ich schon mal die super league philipp ne wir reden über das konsolenspiel wir reden über die zockerei wir reden über gaming wir reden über fifa als fußballspiel am pc an der playstation an der konsole und das ist auch ein thema das immer wichtiger wird philipp du hast vorher schon ganz kurz erwähnt wie sind deine erfahrungen somit fifa die sind schon relativ lang zurückliegend und ich glaube das verdeutlicht ganz gut warum ich gerade eben gesagt habe es tut ganz gut wenn man diese jungen leute hier um uns um haben ich habe bisher ein einziges fifa spiel besessen und auch die entsprechende konsole dazu allerdings nur kurzfristig das war fifa 98 leute ja das ist aber auch das beste sag ich zumindest weil es gab hallenfußball ja es gab hallenfußball und es gab diesen was ich glaube ich blur was mit dem soundtrack und so und dann ea sports it's in a game also ja das war immer war immer spitzenmäßig aber die geschichte dazu ist eigentlich ganz witzig ich habe damals war das thema kam dieses thema konsolengaming schon natürlich auf und all meine kumpels klassenkameraden jeder hatte so ein scheiß ding nur ich nicht und ich habe dann meiner mutter und meinem vater damals dann durfte man ja noch wunschzettel schreiben für geburtstag und weihnachten und so weiter da habe ich immer drauf ich habe alles also ich habe einfach wie anstatt früher voll geschriebene zettel mit einem möglichen scheiß abzugeben habe ich immer nur draufschrieben fifa konsole fifa konsole das immer immer den gleichen zettel zu weihnachten geburtstag abgegeben und meine mutter hat dann folgendes gemacht und zwar zu meinem geburtstag hat sie mir ein paket gepackt das war ungefähr so groß wie so eine fifa schachtel und auch ungefähr so schwer wie eine fifa schachtel und dann habe ich das ding jetzt pass auf das habe ich das ding ausgepackt ein zweites loch in po gefreut logisch ja dass dass ich jetzt dieses konsolending da bekommen und pack das auf und mach und mach und mach und mach und mach am ende war natürlich keine fifa konsole drin sondern büchereiausweis und meine mutter wollte erfüllt so sieht es aus meine mutter wollte wenn du dich unterhalten willst dann gehst du in die büchereien holte bücher ja und habe ich im kleinen ensingen ja bei feing an ens habe ich diese mini ortsbüchereien habe ich komplett durchgelesen von oben bis unten sie hat aber noch was gesagt wenn du dieses ding unbedingt haben willst dann verdienst du geh rasen mähen geh was weiß ich was macht zeitung austragen und so weiter dann habe ich mir durch durch diverse jobs diese diese kohle zusammen gespart um mir diese konsole zu kaufen und dann habe ich es tatsächlich geschafft habe das habe das gekauft habe es dann auch mit dem fifa 98 spiel gekauft und saßen es war ein toller sommer damals weiß ich noch da war richtig schönes wetter draußen immer heiß und meine kumpels und ich wir saßen echt den ganzen sommer da drin und haben gezockt und irgendwann weil wir wussten beim freund ollie war mir oft und das war der hat unter dem dach gewohnt immer bullen heiß wir haben die rolläten runtergelassen sonst hat sie nichts gesehen auf den alten fernsehern und so eine also was machen wir hier eigentlich ja und so kam es dass ich sechs monate später die konsole wieder verkauft habe und seitdem habe ich nie wieder eine angerührt ja aber so ist es halt nichtsdestotrotz ist dieses spiel unfassbar populär und der aufhänger ist aktuell weswegen felix auch hier haben das heißt ich habe mir gelernt in einem stück das ihr schon lesen könnt bei uns in der app dass die sogenannten influenza der szene das neue spiel fifa 22 schon seit sonntag spielen können felix was wissen wir darüber ja das stimmt also die großen content creator bei uns könnte man tsi schubert nennen weil die quasi auch so ein bisschen die basis gelegt haben dass wir schon die werte kennen also die dürfen so offiziell veröffentlichen so weil die so ja von der gruppe her von der von fanbasis her am nächsten zum vfb sind mit der entsprechenden reichweite sag ich mal und die dürfen jetzt schon und machen es auch schon fleißig streamen da gibt es eigentlich jeden abend gefühlt auch sechs sieben verschiedenen kanälen schon den neuen content zu fifa 22 das ist echt verrückt wenn man sich das überlegt dass sozusagen von deiner zeit philip fifa 98 bis jetzt fifa 22 was sich da getan hat und die faszination wird ja immer größer also es ist ja auch so dass das ja bei den spielern selbst großes thema ist kriegt man ja immer mit die foppen sich dann auch gegenseitig untereinander so bis in dem kader kriegt man auch beim vfb mit ich weiß nur dass leon gorecka irgendwie super tolle werte hat ich weiß auch dass sascha mölders bessere defensiv werte hat als leonel messi das muss auch was heißen aber an sich im großen und ganzen bin ich tatsächlich genauso ahnungslos wie philip diese ganze fifa sache ist wirklich eher bei meinem bruder hängen geblieben der hat mich damals immer mit irgendwelchen drittligisten gedemütigt und ich war arsenal und irgendwann stand es 13 0 und wir haben das abgebrochen deswegen hilf uns felix deswegen haben wir dich da was macht die faszination aus wie wie steht es um die community wie würdest du die die community beschreiben und dann würde ich sagen sprechen wir im späteren schritt mal noch mal genau über den vfb aber was macht diese faszination fifa 22 aus also bei mir das nimmt zugegebenermaßen war zugegebenermaßen auch immer mehr ab das interesse am spiel weil es so ist auch das bild der community von jahr zu jahr soll man sagen unspielbarer wird ohne böse jetzt klingen zu wollen aber ich glaube einfach der grund dafür ist ganz simpel dass man einfach irgendein spiel haben will mit dem man seinen beliebtesten sport oder seinen lieblingssport spielen kann und da ist fifa gut es gibt noch pro evolution soccer aber die laufen so ein bisschen nebenher also fifa hat schon so ein bisschen hat den den rang ein schon ewig inne und dann muss man sich das neue fifa halt holen wenn man wenn man aktuelles fußballspiel spielen will und community ist ja also gerade in meinem alter noch ein bisschen jünger ist natürlich schon schon cool seit gottzeit über zwölf müsste sein jetzt diesen modus ultimate team wo man quasi selber ob man jetzt geld reinschmeißen will nicht ins spiel um halt eben spielwährung quasi zu kaufen um sich packs zu öffnen bessere spiele zu bekommen und quasi einfach ganz selber karrieremodus ähnlich sich ein team zusammenbauen kann und das ist so die große faszination zwei fragen das erste habe ich gerade richtig verstanden dass man dafür geld ausgeben kann um sich spieler zu holen also quasi wie ein verein auf dem transfermarkt agieren kann fast fast es gibt wie man es aus dem casino kennt das da gibt es auch eine debatte ob das glücksspiel ist in fifa oder nicht sei auch vor gerichten läuft das glaube ich noch die ganzen verfahren man kann sich quasi packs kaufen und da hat mit mit angegebener wahrscheinlichkeit bekommt man so und so hoch bewertete spieler die kann man wieder mit seinen münzen die man sich erarbeiten kann kaufen oder eben mit sogenannten fifa points wie man eben gegen echt geld kauft also ein sogenannter in-game purchase ist das richtig ja guck mal einfach terminus okay zweite frage tatsächlich habe ich du hast gesagt es wird immer unspielbarer was meinst du damit es wird immer kompetitiver also es gibt seit ein paar jahren diese richtige e-sport geschichte richtige wie man es aus cod kennt aus glaube nico fletschens ist da recht groß aus den ganzen großen spiel langsam call of duty philip meinung also aus den ganz großen e-sports geschichten gibt es natürlich auch eine fifa version wo auch weltmeisterschaften gibt und es wird immer kompetitiver auch mit dem modis die es da drin gibt wird immer kompetitiver und dann auch wieder ein fachträgen ist dann schwitzt man doof gesagt also halt strengt sich an schwitzt quasi du übertrieben gesagt beim spielen und das nimmt jetzt so ein bisschen den spaß auch wenn gibt es spiel reingehen muss als wäre es das james league finale ich verstehe also man kann quasi oder so wie früher wenn wir sagen wir machen gemütlich spieleabend und zocken einfach stundenlang turniere rauf und runter das ist so ein bisschen abhandengekommen habe ich das richtig verstanden also es wird eher sowas es gibt so eine gamer elite die da voll abgeht und sich darin wiederfindet und und wettbewerbe ausführt aber jetzt mal blöd gefragt ist fifa da noch was für den ganz normalen zocker dem irgendwie abends langweilig ist und der will halt nicht den tatort gucken sondern spielt lieber drei stunden irgendwie mit chelsea in der saison in der premier league ja das gibt es auf jeden fall noch also das muss man selbst steuern wie man rangehen will aber es ist ja irgendwo ist ziel gerade in diesen modis oder den beliebtesten modis ultimate team das genannt habe dass man irgendwo auch mithalten kann und eben auch den liegen aufsteigen und so weiter und dafür da wird es dann eben so ein bisschen kompetitiver aber natürlich kann man selber einfach eine karriere im vfb starten mit karrieremodus ganz normaler anstoß modus wo man dann auch einfach mal ein derby simulieren kann und so was mit seinen kollegen das geht immer noch aber wenn man quasi ganz tief ins spiel rein will dann wird es irgendwann zwangsweise bisschen kompetitiv würde ich sagen diese elite die gab es ja auch mal beim vfb stuttgart der hat zumindest zeitweise ein e-sports team unterhalten hat das dann im zuge des letzten abstieges sterben lassen oder sterben lassen müssen weil es wahrscheinlich hieß wir haben eh kein geld und jetzt noch ein paar 600 sechsstellige summen waren sechsstellige summen pro jahr für diese jungs da ausgeben da mir auch diese tz schubeck leute irgendwie eine rolle gespielt wenn ich mich richtig erinnere zumindest als multiplikatoren ich glaube gezockt haben sie glaube ich nicht aber ja wie 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 wertest du das dass der vf stuttgart dass es nicht mehr diese eigene e-sports gaming sparte hat oder und sagst du vielleicht jetzt wenn man sich wieder in der ersten liga etabliert könnte man ja auch noch mal drüber nachdenken das ganze thema wieder aufleben zu lassen was mich zur letzten frage bringt welchen effekt hat das für den klub stichwort zielgruppen ansprache ist eine gute frage also ich habe ja selber auch fifa gezockt oder zockt selber und mich hat es ehrlich gesagt nicht so interessiert was jetzt die vfp e-sport abteilung macht sie hatten glaube ich die riesen reichweite auch schalke hat es glaube ich mittlerweile abgesetzt und glaube bei bremen gibt es noch eine die recht bekannt ist oder mit spielern die recht bekannt sind aber unter anderem ehemaligen stuttgarter glaube ich ja genau genau aber ich glaube in den markt muss man jetzt aus meinem aus meiner sicht aus nicht unbedingt rein wenn ich ehrlich bin gut aber dann gehen wir jetzt mal rein in die ratings zu den vfp-spielern die gott fahrer auf überleitung ist back bitte wenn schon einmal ja dann dann muss man es auch richtig machen denn das ist nämlich was was also zumindest wirklich das gebe ich zu aber das interessiert auch meinen bruder wenn der zockt der ist auch vfp-fan und den interessiert mich auch wie sind denn da die vfp-spieler bewertet und da gibt es jetzt news und da kannst du uns sicher was dazu sagen denn du hast dich da so ein bisschen reingefuchst die tage ja genau da kam es die werte raus nachdem wir jetzt auch mittlerweile da die ganzen großen youtuber ja schon zocken dürfen auch die ganzen datenbanken jetzt befüllt haben gibt es ja auch tausende website so muss ich dein team schon vor abbauen kann um es quasi nicht alles noch im spiel selber zu machen gibt es viele hilfsmittel und da wissen wir schon die die meisten werte wie viel darf ich schon vorab nehmen wollte positionen durchgehen oder soll ich ein paar auffällige spieler nennen wegen mir darfst du das letzte letzteres gerne tun okay aber ich habe mir schon ein paar markiert also auffällig natürlich der beste spieler der capitano endo bekommen 78 was man dazu sagen muss die werte gehen da quasi bis zu 100 aber ich meine der höchst bewertete in diesem spiel müsste wieder messi sein mit einer 193 bin mir gar nicht sicher also das 78 ein völlig akzeptabler gold wert im bundesliga bereich würde ich sagen wer leider nicht hochgekommen ist was schade ist wenn man sich die die echten leistungen anguckt ist mafro panas der bleibt beinahe 73 leider was noch im silber bereich ist und im sinne von bleiben auch wirklich bleiben letztes viel war da auch eine 370 gehabt da leider die gesamte saison quasi mit stammplatz garantie wenn er eben nicht verletzt war leider nichts geholfen ist auch ein großer streitpunkt die ratings auch einzelne werte in großer streitpunkt da werden wir bei bei stilas auf dem wir alle lange warten der tatsächlich runter gegangen ist im tempowert der hatte an die 90 tempowert letztes vielfalt ist auf eine 87 runter was nicht allzu verständlich ist genauso wie seine bewertung selber die ist gerade so im goldbereich also 75 und da ist tatsächlich auch beispielsweise ein absteiger mit niklas füllgrub von der ufer 96 mit einer 76 höher bewertet es gibt schon ein paar streitbare streitbare bewertungen niklas füllkrug also okay ich verstehe ich sehe die kritikpunkte die sind durchaus da also dazu hätte ich gleich eine frage tatsächlich wie werden diese werte generiert läuft das so wie in der transfermarkt redaktion man sich zusammen und würfelt oder macht das ein algorithmus wie werden diese werte aufgestellt weiß ich gar nicht ich glaube kaum dass die bei ea sports für jeden klub mitarbeiter haben der das denn das ist auch richtig verfolgt aber ich wüsste nicht dass man es über einen algorithmus macht aber das sind ja ein paar hundert leute die man da bewerten muss man konnte es auch letztes fifa gut sehen da kamen wir gerade eben erst als aufsteiger hoch lang wo kamen eben werte raus bei dem klimabütsch mit einer 59 glaube ich kolibali auch das heißt man gemerkt gut sind gerade aufgestiegen nicht so viel gespielt die sind nicht auf dem radar genauso ist gleich jetzt auch bei einem bei der momo si se bei uns der mit einer 60 stadt also im bronze bereich oder ein fahrgier mit einer 64 man merkt schon dass es dann wenn es richtig in die tiefe geht quasi nicht weg von der startelf geht dass da noch ein bisschen was fehlt bei ea zweite frage du hast jetzt gesprochen hier die und da werte haben sich verändert das sind zwar zwei drei punkte mal so im schnitt verlassen von jahrs 2,5 sein was macht das aus also was ändert das am spiel ist das ist ja so gering dass ich mir nicht vorstellen kann dass es einen großen impact hat wenn du zockst für den spieler dass der so viel besser ist oder schlechter weil er halt zwei punkte plus oder minus gemacht hat im vergleich zum vorher mit dem mit dem gesamt rating steigt natürlich auch die die werte selber auf der karte also da gibt es auch die sogenannten in game stats wo quasi da ist wirklich alles drin also man hat auf der karte offensichtlich sehen hat man tempo schuss unsere größere kategorien die man direkt zieht sondern noch tiefer in die karte reingeht gibt es natürlich auch genau abschluss und volley oder kopfball und sowas und darauf glaube ich auch ein bisschen basierend dann was diese summen insgesamt geben geht auch das rating am ende raus damit zum beispiel beim borna soza passenderweise die 86 in flanken was ein hoher wert ist das ist mal realistischer als niklas füllkrug oder so sagen da von der stelle aber das ist dann ja da wie ich sehe ich gerade warte kurz kopf ist dann ja da wie ich gerade in unserer bilder galerie die felix und lukas zusammen gezimmert haben in der app hat ein tempo downgrade bekommen von 70 auf 58 den hat es böse erwischt das ist schon böse für in einem jahr aber so langsam ist dann jetzt nicht wirklich also es ist auch nicht mehr da die gazelle vor dem herrn aber dass er wie ein rollator braucht wie dies der wert irgendwie impliziert das ist auch nicht der fall aber das heißt ja dann dass so sachen wie einsatzzeiten auch große verletzungs pausen jetzt zum beispiel bei silas dann schon auch ein einfluss darauf haben dass was steigt oder sinkt ich meine wenn ich zynisch sein müsste könnte ich einfach sagen hier fifa rating erhöhen könnte fast noch eine jobbeschreibung für spielerberater sein weil es irgendwie auch fast so ein bisschen damit reinspielt aber das heißt das sind schon so sage ich mal merkmale wenn dann jetzt ein spieler mit ein halbes jahr raus ist mit kreuzbandriss dann gehen die werte eher nach unten ja oder bleiben halt gleich also das beispiel wäre hier klinton mohler der auch gar kein spiel gemacht hatten auch von der karte glaube ich quasi die gleiche hat also gleiche bewertung und minimale änderungen in werten da kann natürlich hier auch nicht viel gegen machen das sei selber auch bei linien eckloff wo sich ein bisschen dranhangeln können sind quasi die werte diese selber verteilen im letzten fifa teil da war zum beispiel sie das ja mit seinen leistungen sogenannte inform karte hatte er zweimal das bedeutet er bekommt am mittwoch nach dem spiel am wochenende an dem er besonders gut war bekommt er am mittwoch quasi eine schwarze karte eine besondere spezialkarte dass er ebenso gut war mit ein bisschen hoch in den werten und auch im sogenannten team der saison war er drin also unter den besten 15 bundesliga spielern da hat er ein sehr hohes werte mit 92 deswegen da können sich ein bisschen dran selbst hangeln was letztes jahr gegeben haben wenn sie also höher werden dürfen du schreibst in dem stück interessant wird der vfb auch wieder für den karriere modus hier bietet eine vielzahl oder die vielzahl an talenten wohl eine menge an entwicklungspotenzial kannst du mir das übersetzen ja also im karriere modus selbst können die spieler sich entwickeln das ist ein anderer modus als den über den jetzt gerade gesprochen haben da gibt es ja noch nicht genügend daten banken quasi gefüllt sind um genau zu wissen welches potenzial jeder spieler erreichen kann aber eben da wenn man jetzt zum beispiel den fahr hier von beginn an rein stellt der macht dann in der simulierten karriere 15 hütten in der saison dann kann es gut sein dass der von seiner 64 am ende dann übertrieben gesagt auf einer 70 schon steht dann entwickelt sich immer weiter hoch und da eben da wir so eine breite an talenten haben kann es gut sein dass da auch mit silas irgendwann eine 85 erreicht oder so neben nicht eine 75 die am start hat das heißt christian bruder bruder könnte ihn auch mit dem vfb im karrieremodus 13 14 0 weg hauen auch wenn er in der bestform spielt okay nicht nicht in den wunden das war echt das war echt schlimm habe ich nicht mehr gespielt aber nein raus an deinen bruder das finde ich schon mal gut ja definitiv die folge wird er sich auch ganz bestimmt anhören da bin ich mir sicher felix eine frage hätte ich noch und zwar mit blick auf den liga vergleich also wir haben jetzt sozusagen über die vfb spieler im einzelnen gesprochen aber kann man auch schon was dazu sagen wo der vfb was das gesamtrating irgendwie angeht im liga vergleich einläuft ist das auch so ein bisschen wo wir sage ich mal rein von den spieldaten her sagen wir vielleicht zwischen 9 und 12 wäre realistisch wenn es am ende da funktioniert oder ist das da auch so dass die bayern eine galaxie entfernt sind von allen anderen oder wie muss man sich das vorstellen bei uns auf jeden fall ganz oben auch lewandowski ist in den top 3 glaube ich mit seiner 92 was generell die besten spieler gibt zum start sind eben ohne die ganzen spezial objekte und der vfb läuft recht normal ein also ich glaube der läuft auch so ein wie wir ihn erwarten also ein bisschen auf klassenerhalt weil eben das typische bild wie auch letztes jahr als wir noch aufsteiger waren oder auch armenia bielefeld dasselbe trifft dieses jahr bochum oder auch kräuter führt die haben es nicht allzu viele spieler im goldbereich wenn es überhaupt welche haben weil eben zweite liga noch weniger beachtet wird von ea sports würde ich mal so formulieren das heißt da sind wir schon ich habe sie nachgeschaut wie genauer bestimmt irgendwo auf platz 13 14 liga menschenskinder ich habe einiges gelernt definitiv ich kann euch höchstens eine kleine anekdote noch erzählen die keiner hören will aber ich erzähle sie trotzdem karrieremodus was ich früher mal gemacht habe ist ich habe mir einfach den spaß erlaubt und ich habe eine mannschaft zusammengestellt nur mit spielern die anderson heißen also ich habe mir quasi irgend so einen schwedischen erstligisten genommen was ich malmö ff und ich hatte ich habe nur andersons dazu geholt so dass ich einfach ich wollte den kommentator hören wie er einfach sagt anderson hier kommt anderson das ist anderson das hat großen spaß gemacht hat aber nicht dazu geführt dass ich meinen bruder schlagen konnte also auch diese späße waren damals noch möglich ich habe das ist heute nicht mehr so drin auf den ich nicht gibt es noch gibt es noch den früher war das wolf die der poschmann glaube ich der die stimme gibt es noch dass also der ist jetzt natürlich leider verstorben der 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 gute mann aber gibt es noch das dass das was ich in wolf christoph fuß oder immer da die 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 das müsste auf jeden fall wohl fuß dabei sein ja auch wenn ich zugeben muss dass ich selten mit kommentaren irgendwie so war zuletzt die kombo wolf fuß und frank buschmann glaube ich auch damals noch wolf-dieter poschmann genau und tom beyer war damals auch noch mit dabei ja großartig felix vielen lieben dank für die expertise wie soll man es anders nennen wir haben wirklich keine ahnung davon gehabt ich zumindest für mein teil habe einiges mitgenommen und ich hoffe ihr da draußen auch lasst uns doch gerne feedback da ihr wisst ja wie es läuft facebook instagram fax hat christian auch mal ins spiel gebracht ihr könnt aber natürlich auch einfach eine info at meinvfb.de eine e-mail schreiben gebe ich dann alle christian zum beantworten und ja ich hoffe einfach ihr habt das mitgenommen könntet auch mal dieses andere ein anderes thema als nur dieses klassische fußball thema das sich am rasen rechteg abspielt jedes wochenende hier so ein bisschen aufnehmen mitnehmen zuhören felix vielen dank gerne hat spaß gemacht viel spaß auch bei uns ne und wenn sich noch mal irgendwie was tut in der geschichte dann wissen wir wie immer fragen so sieht es aus ich will auch gold status ist nächste woche status philip dankeschön bis nächste woche liebe leute ciao ciao ciao